Dialekt-Challenge. Badisch. Was machst du da? Hamburgerisch. Was machst du denn da? Berlinerisch. Was machst du denn da? Sechzig. Was machst du denn da? Kurpfälzig. Was machst du denn da? Schwäbisch. Was machst du denn da? Bayerisch. Sag mal, was machst du denn da? Ruhrdeutsch. Was machst du denn da? Ich, ich nehm die Scheiße hier das 30. Mal auf. Du hast gesagt, das geht schnell. Wenn ich den Satz noch einmal höre, dann werfe ich dir ab, wenn das Telefon ankommt. Nur noch einen. Ja, was machst du denn da?